Berlinfernsehen.de ist ein gemeinnütziger Verein, beziehungsweise Freunde des Berlin Fernsehens e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und wenn ihr lernen wollt, wie Fernsehen gemacht wird unter Anleitung von Profis, dann kommt zu uns, werdet Vereinsmitglied rechts und links. Hier sind schon ein paar Kollegen, die auch Vereinsmitglied sind. Kommt zu uns, lernt, wie es gemacht wird oder erfahrt, wie es gemacht wird. Entweder hinter der Kamera, als Moderator, Aufnahmeleiter, da gibt es so verschiedene Möglichkeiten. Ja und wenn Sie sagen, wir finden das toll, dass ihr aus Berlin berichtet und ihr unseren gemeinnützigen Verein unterstützen wollt, dann könnt ihr auch spenden, ganz einfach an uns per Spendenüberweisung auf unserem Konto. Das blenden wir alles noch ein. Ja, was habe ich noch vergessen zu sagen? Ja, wenn ihr uns erreichen wollt, ganz einfach, wenn ihr zu uns kommen wollt, mail at berlinfernsehen.tv ist unsere E-Mail-Adresse, mail at berlinfernsehen.tv oder wenn ihr uns anrufen wollt, auch kein Problem, 030 55 66 97 44 und dann könnt ihr ein Teil unserer Berlin-Fernseh-Familie werden.